da ist er ich bin ja immer noch drache und ich war gerade am trinken sauerei hallo und herzlich willkommen im kistenchaos im chaos von sag boy mit dem prügelnden drachen und mir ich gehe schon mal ganz schnell hier rein ja das unsere machen wir auch noch keine sorge wir müssen beide machen leider das bild sieht aus wie du wenn du mich morgens immer siehst die augen ja aber das bild sieht aus wie du wenn du im bett liegst und deshalb steht da go wortelndes untergang haben wir das noch nicht gehabt jetzt konzentriere dich mal bitte und nehmen alle dinger mit du kannst mich mal du bist ja immer das problem hier nein doch das zeigen etliche folgen die ich hochgeladen habe außerdem beschlägst du mir immer siehst du hab ich fast runtergefahren wegen dir nein er glaubt mir schon wieder alles ey das ist so ein asozialer drache ein asozialer drache anders kann man sich sagen hat zu verdienen so aha aha ich hab das zu beren gemacht wollte ich da runter stoßen ich glaube ich sollte mich doch besser konzentrieren und wieder nimmt der mir alles weg in dieser epline das ist aber das ist wie eine frau wäre wo bist du denn jetzt ich kann nicht mehr wo die google ich bin ja noch wieder da wo gehst du hin also ich also mein schar aber ich hab die kugel ja an deine seite nein wir sind nicht verheiratet weil so viele das mal gefragt haben nein nein machen wenn ich verheiratet werde ich das aber ich habe die kugel noch bekommen darum geht das immer vor als maul du dover drache komm her komm her ich will dich rüsten na na hat sich auch was besseres einfallen lassen ja ich wollte das auge mitnehmen was sie hier gerade oben geworfen wo wo ja weiß ich nicht das war jetzt weg ach das war von denen da habe ich dich böse angeguckt gerade aber ich glaube ich hoffe ich kann eine slow motion von rein machen hast du dir eigentlich schon die slow motion von unserem krach video angeguckt krach video was für ein krach video wo ich extra am anfang gesagt habe achtung achtung du hast es dir noch gar nicht angeguckt oder nein da oben ist das einzige video bei dem wir uns wirklich so richtig angezickt haben das war übrigens keine show leute das war echt man kann auch immer mal einen schlechten tag haben mit die hallo ich wollte das nehmen du dummer affe da springt er mir einfach auf den rücken drauf aua krieg die los krieg die ha 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 du hast sie runter geworfen ja so wie ich aua warum ist mein drache eigentlich so böse jetzt grade ja weil du immer böse bist ist so du klaus mir immer alles was ich einsammeln will nein kommt raus kommt raus ich dachte ich kann ja was einsamme das nur blätter sagt mir das doch hallo aufstehen 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 konnte man den nicht füttern warte mal so habe ich dich jetzt draußen schneller gehört als hier oben die explodieren wie kriegen wir das da oben kommen wir mal mit jetzt sind die explodiert die hätten wir machen müssen und ich die jose auf sich gehörten habe ich gehöre die gewohnt kann einer diesen kärner für mich erfolgen bitte kommst du komm mal her er bleibt mal stehen dass ich dich nein ich will nicht stehen bleiben doch ach so dass wir die falsche taste aber wie kriegen wir denn die märme gar nicht mehr ich hätte ihn damit füttern müssen was du gerade kaputt gemacht hast du du ich würde ja sagen männer aber das sind immer alles nur die episch diesen ganz schlimm ich würde euch nie raten mit einem epi zu tun zu ich bin schon da du bist du bist du bist nicht tot gehe wieder weiter ach so scheiße ich war aber zweimal durch diese dinge durch ich bin noch keine lust ich dachte so lange über drauf geht das nicht ich habe mich versteckt wir müssen rechts nein komm her ich spiele schon wieder nur mit deinem hier du kannst die anderen noch nicht einfach so liegen das ist noch was warte 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 hallo ich springen und holl tritt trotzdem nichts oder was du hast wieder alles übersehen mit jetzt spielen, dann erreicht man nicht. Aber wir haben nur einen Applaus, oder nicht? Boah, du Arsch! Du Arsch! Ey! Das ist nicht dein Ernst jetzt gerade. Oh, was passiert hier jetzt? Was passiert hier jetzt? Was passiert hier jetzt? Oh, vor allen Dingen, die sind oben, oder nicht? Ich konnte die nicht... Oh, ich lebe ja noch, sag das doch. Noch? Nicht lange, aber noch. Ich muss springen, um die zu holen. Ah! Hallo! Wieso springen die nicht? Du schaffst das, Schatz! Du musst doch einen haben! Ja! Nicht runterfallen! Hol mich! Hol mich! Ja! Mein Daumen tut mir. Ja, das war mein Kuss. Ich habe so viel noch da reingedrückt in den Kontroller. Den kann ich gleich wegschmeißen. Nein! Ich wusste, du kleiner Flachdrache, du! Flachdrache? Ja, das, was ich sagen wollte, darf ich ja nicht sagen. Nein! Das passt nicht mehr! Okay, das nennt man Karma. Ich kipp's zu. Nein! Oh! Oh! Aua! Aua! Scheiße! Sag mal, ist das ein Mist? Ganz ehrlich? Wir müssen da doch einen speziellen Rhythmus irgendwie reinkriegen. Das höre ich ja eigentlich die ganze Zeit. Ist das eine Eule draußen? Oder höre ich sie gerade? Nein! Jetzt geht doch nicht weg, du blödes Ding! Was ist das für ein Geräusch? Was hubt hier? Ich wollte gerade sagen, Ecker, die Russen kommen! Der Keller! Hilfe! Nein! Nein! Bleib außen! Bleib außen! Der bleibt da! Jetzt hau ihn runter! Hau ihn runter! Und jetzt pass auf mit dem Ding! Wie krieg' ich das denn da noch? Nee, jetzt warte! Jetzt warte! Warte, warte, warte! Schaff's nicht mehr! Schaff's nicht mehr! Schaff's nicht mehr! Du bist kein Sprungdrache! Oh! Oh! Hol mich! Hol mich! Also ich geh jetzt hier am Randentag und dann geh ich auf Scheiße! Wenn du mal so springen könntest, ne? Jetzt soll ich auch noch privat so springen können. Der will aus meinem Füße entfüllen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Du darfst ausnahmsweise mal ein schönes Bild machen, aber ich will im Hintergrund sein. Na gut. Aber du bist schon mit den Füßen im Hintergrund. Guck mal. Das sind nicht meine Füße, das ist mein dicker Marzipanbauch. Dann hat man eine Sackboy-Zunge gesehen. Wir haben drei Stück. Ey, immerhin, ne? Ja, aber wir hätten vier, wenn wir diese Karotten gekriegt hätten. Ja, aber ich bin schon so aufgeregt, dass ich Schluck aufkriege. Für unsere Verhältnisse ist das aber gut. Ich kann mich wieder nicht bewegen. Ich werde gleich wieder missantheld. Nein, nein, nein. Nein, ich bin so aufgeregt. Nein, Bonuswirre. Das können wir danach. Waren wir hier nicht schon drin in dem? Nein. Oder warte mal. War das die... Ach, dann haben wir da gar keine Punkte bekommen. Ne, da waren wir doch so grottenstück. Also du vorhin nicht. Oh, so ein Mist. Komm mal her hier. Ah, nee, das geht doch so. Aber da kriegen wir doch so nichts. Scheiße. Ja, da kriegen wir aber diese Schellen. Wie soll man denn da jetzt noch die Punkte kriegen? Wir kommen in der Sammelschellen-Zone. Das kriegen wir doch nie hin. Das war das, was du nicht konntest. Wo bin ich überhaupt? Hallo? Bin gar nicht... Ah, jetzt bin ich da. Nein, ich bin die falsche Taste. Alle sind wirklich unglaublich beeindruckt von dir. Und mit allen meine ich natürlich... Nein, wir müssen uns die Schellen da dreimachen. Die ja da rein kommen. Oh, es sind nur ein paar Sekunden übrig. Komm nicht dahin. Nein. Die Zeit ist jetzt... Die sind wirklich nervig. Eine. Boah, der hat gecheatet. Das ist wie bei der Bürgermeisterwahl. Mit einer Stimme Unterschied hier von Wildflowers. Ey. Die Leute wollten mich halt. Du sollst nicht lügen. So. Ja, Leute. Uns fehlen jetzt noch fünf Punkte. Also Kugeln. Wir haben aber dieses Level schon gemacht. Das stimmt. Da waren wir nicht sehr partnerschaftlich. Da können wir noch nicht mal mehr EPs Gesicht überhaupt sehen. Oh, da oben ist noch was? Warte mal. Wir schauen uns jetzt noch mal ein bisschen um, wo wir jetzt noch die restlichen fünf Punkte herkriegen können. Und dann holen wir euch gleich zum Finale dazu. Bis gleich. Bis gleich. Hier gerade auf die... Oh? Auf die... Ähm... Auf die Dinger oben... Also auf die Zeit da unten. Dass ich die gar nicht gesehen habe. Warte. Hier kann man kurz Pause machen. Nein, kann man nicht. Aua! Ich dachte nicht, dass die bis hier oben kommen. Och nein. Guck dir das genau an. Das ist ein... Das ist ein Fuck-Spiel. Das ist ein Resident Evil-Level. Ja, sag ich doch das an. Da legt mir das in Scheiben. Das ist ein Fuck-Spiel. Scheiße. Nochmal. Hoch, schnell. Ja. Warum hast du da jetzt so lange gewartet? Scheiße. Du hast gesagt, ich soll mir das genau angucken. Nein. Das war zu lange. Oh. Dafür gibt es doch nichts. Ich glaube, wir kriegen noch eine. Eine. Ja. Nein. 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 Ich habe so ein schönes Bild, weil du vergessen hast, mich zu schlagen. Nein, weil ich nett bin. Ich bin ein netter Drache. Seit wann? Du bist nicht nett. Ach so. Ja, sag das doch, dass ich was drücken muss. Du solltest auch irgendwas drücken. Das war eine Pause, Leute. Einfach nur... Wie ist das überhaupt auf? Was? Oh, wollte ich mich verarschen. Wie viele Timedinger sind denn da drin? Das hat was zu bedeuten, glaube ich. Das ist nichts Gutes. Ach, weil wir können fliegen, oder? Nee, ich könnte nicht fliegen. Nichts Gutes, außer wir können da rüber springen. Oh, war... Oh, war... Ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Wie geht das weiter? Ich weiß es nicht, aber ich nehme die Zeit mit. Was war... Hä? Hä? Was war denn das? Können wir das nochmal machen? Was war das? Hä? Was hast du da gemacht? Aber wir haben... Eine Kugel. Können wir das nochmal... Nee, wir müssen das nochmal machen. Ich habe jetzt aber wirklich überhaupt nicht verstanden. Ich auch nicht. Ich habe aber gewonnen. Guck mal. Ich bin cool. Aua. Das ist ein künnes Bild. Ich kriege noch einen Tritt in den Arsch. So wie immer. Nein, aber so... Ich bin der böse Drache. Ähm... Ja, das machen wir. Ich will jetzt wissen... Ich will wissen, wie das weitergehen soll. Oder müssen wir da beide draufstehen oder so. Ey, ich verstehe das nicht. Nee, wir... Weiß ich nicht. Nee, war das nicht so eine Plattform, die man mit diesen Tasten bewegen kann? Ja, wie schiebst du die nochmal? Wie schiebst du die? Ich weiß nicht genau. Irgendwie mit... Schiebe mit dem machen. Irgendwas will man mit beschieben können. Wie? Ach so, mit rechts. Mit rechts. Ah! Also, rechten Stick. Damit habe ich das jetzt gemacht. Ich habe irgendwas gemacht. Oh, nee. Wenn du stirbst, dann sterbe ich auch, oder was? Oh, nee. Ich habe irgendwas eingefangen. Wir haben Silber, glaube ich. 1,3 über Silber. Ja. Noch, noch Skogel. Nein, 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 nein. Du hättest dich nicht umbringen müssen. No. Nein. Ich habe eine Kugel, mit der ich gegen dich werfen kann. Ich habe was... Ich habe gewonnen. Guck mal, wie gut ich bin. Ich bin so gut. Nein. Ist nicht gut. So sieht dein Arsch aus, ja. Nein, ich habe den Hasen mit den Ohren in den Kuckuck getan. Gib mir meinen Kuckuck wieder. Ja, ja. Jetzt hör doch mal auf, am Anfang schon alles kaputt zu machen. Was war das doch mal? Äh. Nee. Ah ja. Nein. 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 Was ist das? Scheiße, ich weiß so nicht mehr mehr, wie wir das machen. Nein, ich weiß nicht. Rechts oben. Rechts oben die Taste, Mann. Lass uns erstmal kurz herausfinden, wie wir das überhaupt drücken. Rechts oben der Bumerang und der fließt da rüber. Nur das? Ich meine ja, ich habe es zu oft gedrückt, dann bin ich wieder zurückgegangen. Oh, was war das? Ey, das kann man doch nicht mehr alles auswendig wissen, Leute. Ja, stimmt. Einfach nur rechts oben. Und jetzt? Uh. Ich wollte gerade noch sagen, jetzt springen. Oh, ich bin fast verkackt hier. Und jetzt? Äh, hier unten ist noch was. Da unten ist noch was. Ah! Nein! Nein, du musst doch schießen. Warum schießt du denn? Warte mal. Nee. Hier. Ah! Warum jetzt wieder? Wieso geht das runter? Warum hat sich gerollt auf die? Huh! Äh, du musst da rüber, ja. Und jetzt nochmal da rüber. Das ist scheiße. Geh nach rechts, geh nach rechts, nach rechts. Das ist scheiße. Da war so ein Teil. Und, äh, hoch. Nein. 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 Ach, leg mich. Nein. Jetzt musst du da hinten hin, irgendwo. Ach, nein. Oh, nein. Ich dachte, in der Mitte wäre auch so ein blaues. Ja. Ach, Mann. Aber wir wissen jetzt, wie es geht. Aber du darfst nicht gehen, wie ich das immer mache. Dann fällst du nämlich leicht runter. Oh. Nimmst du den? Man kann das auch so holen. Nimmst du den? Ja. Holst du den? Ja, ich schieße dann immer. Äh. Ich muss einfach springen. Nein, was machst du? Wieso bringst du mich hier um? Nein, nein, nein. Komm mit. Komm mit. Ja, kann ich nicht. Ich bin hier irgendwie daneben am Springen gerade. Nein. Ach, ich bin runtergegangen. Habt ihr aber einen? Nein. Oh, komm. Ach, du auch. Das ist nicht dein Ernst. Ja, wir sollten. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Das können wir nicht einfach lieber durchgehen. Ja, ist wahrscheinlich besser, ne? Oh. Sag mal, geht's noch? Nein, was ist jetzt? Nein. Oh. Du nimmst die Dinger, ich werfe. Weil dadurch sparen wir uns was Zeit. Aber hau mich nicht immer. Ja, nochmal. Nein, warum mache ich das immer wieder? Ach, dann sind die zum Hochspringen aktiviert bestimmt. Oh. Das ist doch Mist hier. Hallo? Oh, bist du? Wo bist du? Komm mit, komm mit. Die Zeit geht flöten. Ja, ich... Wo ist das Ding? Ah, ah. Oh. Oh nein, ich komme nicht hoch. Geh durch, geh durch. Oh Gott. Oh, ich bin da oben abgerutscht und bin weggeflogen. Wieso habe ich einen Propeller hin? Ach so, das war von dem Level. Ich dachte gerade so. Eins. Was? Ach gut, so schlecht waren wir gar nicht. Wir hatten, guck mal, acht Sekunden über den Silber. Das war schon ziemlich gut. Aber wir kriegen ja keine blauen, wir kriegen ja nur diese Dinger. Ach so. Wieso gibt's hier... Ich kriegst einen Kuss. Oh, du Arsch. Ich wollte dir einen Kuss geben und du hast... Ich hab meinen Arsch gezeigt. Ich wollte dir einen Kuss geben und du hast meinen Kopf auf den Boden geworfen. Und ich hab meinen Hinter gezeugt. Blöder Penner-Pär... Äh, Penner-Drache. Penner-Penner-Drache. Ach du Scheiße. Gedreht und gewendet, das hört sich auch nicht gut an. Das ist nix für mich, da krieg ich einen Drehbrunnen. Ach nee. Und bist du sicher, dass du da so eine Kugel kriegst? Jaja, das sind die Normalen. Aber das Problem ist, wir waren so schlecht, wir haben das zeitlich nicht geschafft. 1,30. Will schon was heißen. Achso, da hin. Scheiße. Oh nein. Du musst das machen, du musst das machen. Lauf einfach, aber nicht kaputt gehen. Oh, spring. Nein, wo muss ich denn? Ah nein. Vorsicht, Vorsicht, nicht da durch. Oh. Da. Du schaffst das, komm. Links. Mach das doch nicht extra. Oh, Mann. Ach komm, das kriegen wir. Ey, wir waren jetzt mal eine Minute noch was. Das kriegen wir ja wohl noch hin. Das krieg ich ja wohl noch hin. Nein, da fall ich nicht drauf rein. Ich fände das eh besser mit dem geteilten Bildschirm in der Situation. Nein, ist auch doof, geteilter Bildschirm. Na komm, komm, komm. Deine Ohren, die wackeln im Takt. Ne? Alles eine Frage. Vorwärtsbewegungen dabei zu der Musik. Ja, ich hab ja keine Musik. Ja, du hörst du nicht, aber der Beat ist so. Oh. Oh. Komm. Was war das denn gerade? Im Hintergrund ist einer hochgegangen. Keine Ahnung, warum auch immer. Oh. Nein, 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 nein. Doch. Doch, was machst du denn? Oh. Nein, 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 da geh ich dir doch noch mal sicher. Genau. Boah. Eins zählt. Ja. Wir haben ein Ding. Oder? Das hast du halt gut gemacht. Ich darf mal tanzen. Ich darf tanzen. Ich hab mal alles richtig gemacht. Und der Evi hat mir mal was Tolles gesagt. Fast wieder, wieder zehn Sekunden drüber. Dann hätten wir sogar noch Silber gehabt. Puh, ja, aber wir brauchen nur einen Scheißbruch. Genau, lass uns mal was ruhiges spielen. Boah, ey. Das gibt's für uns Spiel hier nicht. Dann können wir jetzt in die Endphase gehen. Nicht schlecht. Na, nicht schlecht. Na, find ich auch. Ach, der kann hier, finde ich, runter. Und der Epi will lieber sterben, weil er wollte sich nicht bewegen. Deswegen kommt er jetzt geflogen. Hier ist noch einer. Warte mal, warte mal. Was denn? Was willst du? Ich will die Glocke noch haben. Wir gehen jetzt in das große Finale. Und BÄM! Die kommen alle aus deinem Bauch raus. Ich hoffe es macht. Der hat den mir doch schon geklaut. Der hätte ich schon aus dem Bauch rausgesaugt. Na, Timmer, wir müssen da noch was drehen hier an der Seite. Nee, wir müssen schlagen. Hallo. Kannst du es wieder, nicht? Soll ich dir wieder helfen? Ich bin weggeprallt irgendwie. Bis zum wächsten Mal. Aua. Es wird das Siegerbunny werden. Und du bist der böse Drache. Nein, ich spiele mit meinem ersten Star. Der Alien-Cop. Der Alien-Cop. Ja. Der Grimlin. Ja. Wenn er sich in der Uniform angezogen hat oder sowas. Der eine Grimlin sah so aus. Fast. Nicht so ganz, nicht so bunt. Ja, das Grimlin-Spiel wolltest du ja schon seit Ewigkeiten mit mir aufnehmen. Was fing das? Ach so, das. Wo wir gestern noch drüber sprachen. Warum hast du so kurze Zähne und so große Augen? Hast du das Zentrum der Kunst-Tollen-Welt geschafft? Und wofür? Um deine Freunde zu retten? Um alles wieder gut zu machen? Es ist zu spät. Die Fantasiesphäre ist bereits ins Dunkel gestürzt. Und hier ist jetzt das Land des Aufruhrs. Und ich bin der Gott der Albträume und herrsche hier. Und wo bist du? Ich bin weg. Ja, das war klar. Da bist du. Oh nein, nicht schon wieder sowas. Das hast du verdient. Oh nein. Da kannst du springen, glaube ich. Das habe ich schon mal gehabt. Hier kommt ein kleiner... Den musst du werfen. Ich geh zu. Du bist kein gewöhnliches Sackding. Sackding? Ich bin kein gewöhnliches Sackding. Nein, Sackding hat er gesagt. Ein Sackding, ja. Na, 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 na. Dann wollen wir mal die ganze Welt mit Schockwellen. Oh, ja, das ist gut. Ja, halt doch mal schlafen. Du hättest mich nicht ärgern sollen. Oh, andersrum. Ah! Oh, und du wirst verbiert. Aua. Nein, nein. Oh, oh, oh. Nein, nein, nein. Oh. Oh, Sackboy. So vorhersehbar. Ja, ne? Finde ich auch. Immer das Gleiche bei diesem Boss. Du weißt nie, was genug ist, was? Doch, jetzt ist genug. Können wir aufhören? Oh, was ist jetzt los? Das geht so gut. Ah, das wird fliegen. Oh. Stell dich den mal in den Weg. Oh, oh, oh. Au. Das Ding dringt dich um. Wollte ich dir nochmal gesagt haben. Ah, wieso bin ich jetzt links? Oh, jetzt bin ich der Sieg. Keine Chance. Feiern wir meinen Sieg mit einem kleinen Bomben-Cocktail. Ja, bitte. Ja, oh. Oh. Hallo? Ich war ja wohl weit genug da drüber. Der hat sich da hauen. Pass auf. Achso. Wirf sie. Ich war jetzt verwundert darüber, dass ich nur eine bekommen habe. Wo war es jetzt? Ah, ah, nicht schon wieder die Dinger. Nein. Die hasse ich. Hab ich das schon gesagt? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich glaube, wenn ich das Level zu Ende habe, dann sehe ich wirklich nur noch Schlangenlinien. Achso, ich bin heute echt heißer. Achso, ich habe eine weiße oben drauf. Ah, was war das? Scheiße, wir müssen zur anderen Seite. Sollen wir mal die Stimmung etwas heben? Willst du mich veräppeln? Och, komm. Ich war ja wohl weit genug über den drüber. Wechseln, wechseln. Oh. Wirf das. Nein, ich muss rüber. Ja, ich bin gesprungen und trotzdem hat er mich erwischt, oder was? Oh. Ich bin... Nein. Oh, nee, wir sind beide tot. Nein, er kann das auch. Oh. Oh, können wir jetzt nochmal so explosive Bälle bekommen und nichts anderes, bitte? Ja, ja. Und du bist kurz vorm Verricken. Das ist unmöglich. Das ist mein Gebet. Weg, zwar nicht da. Oh. Ich wusste von Anfang an, dass du es schaffst. Naja, vielleicht nicht ganz von Anfang an, aber ich wusste es trotzdem. Die beißt sich auf die Zunge, Bande. Wir sind halt so gut. Weil die so gut sind, beißt die sich auf die Zunge. Komm, wir machen ein gemeinsames Foto, egal wer gewonnen hat. Ah, hast du es gesehen? Ich habe auch nicht gezeigt, ohne was gedrückt zu haben. Ja. Mein Ohr hängt in deinem Auge. Warte, 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 ich kann gar nicht so nah. Doch, jetzt ist, wenn du bei mir wangern, wangern am Tanzen bist, das wäre ein schönes Foto. Ich bin gar nicht richtig drin. Warum bist du nicht drin? Weil du mich wegschiebst, siehst du? Da sieht man es auf dem Foto, du bist mich voll am wegschieben. Und am Hauen. Nein. Ich habe dich nur verhext. Du prügels mich immer nur. Nein. Das sage ich dem Säckamt. Dem Säckamt? Nein, du musst das der Säckpolizei sagen. Nee, wie das Jugendamt sage ich das dem Säckamt. Achso. Oh, was ist jetzt? Nein. Das hört sich nicht gut an. Oh. Hast du geglaubt, du hättest gewonnen? Ja. Ich bin stärker als je zuvor. Nein. Nein. Solange man auf dem Kopfsteller steht, bin ich unantastbar. Ihr könnt mich mal. Dann magst du es nicht. Ich bin überall. Beug dich deinem neuen Gott. Nein. Ich muss weg. Ach, du Schande. Also dann, liebe Leute, hauen wir uns noch mal schnell die Dinger hier weg. Und dann würde ich aber sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut, weil ich dachte, das ist ja das Finale und dann nehme ich einfach alles zusammen auf einer Folge auf. Wehe, du haust mich jetzt. Du hast mich angelogen. Jetzt habe ich schon wieder schön geguckt und du hast mir wieder voll eins auf die Nase, voll eins auf die Ohren gegeben. Ja, also in der nächsten Folge hoffe ich, dass der Epi mir nicht wie so ein Stalker hinterherrennt und mich nicht ständig schlagen will. Und dann müssen wir gucken, dass wir das richtige Finale machen. Und diese Rakete da. Ja gut, konnte ja keiner ahnen. Ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ich sitze mit dir. Tschau. Tschau. Jetzt sag mal eben was zum Testen. Der Drache ist da. Der Drache kommt. Sackboy und der Drache. Aber das ist nicht Chris Su. Sag mal eben was zum Testen. Der Drache kommt. Der Drache kommt. Lad mich nochmal ein. Ich denke, du bist da. Aber du kommst nicht. Du alte Gamebäuerin, äh, Bäuerin, Gameplayerin. Ja, ich lebe auf dem Land. Das ist nicht ganz falsch. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.